Liebe Zuschauer von KDV, ein Highlight für Sie im September ist der Talk aus Innsbruck mit Bischof Hermann Glättler. Der Hirte betont im Gespräch mit Dr. Claudia Kaminski, dass wir das Wesentliche des Glaubens wieder aufleben lassen müssen. Er plädiert für mehr Spiritualität, mehr Anbetung, mehr Mystik. Mit Zuversicht und Freude können wir uns in der Freundschaft mit Jesus gestärkt wissen. Sendetermine 4. September 17 Uhr, 5. September 18 Uhr, 6. September 13 Uhr. Schauen Sie rein, wir freuen uns auf Sie!